Hey ihr Höhlenmenschen da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin etwas sehr genervt, denn wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, kamen in letzter Zeit keine Videos, obwohl ich Videos habe, die ich hochladen kann, so wie ein neues Let's Play Projekt. Und das kann ich alles nicht machen, aus dem Grund, da ich einfach kein Internet habe. Ihr wisst ja, damals wurde unser Internet gesperrt und jetzt ist das Problem, dass wir das Internet gekündigt haben und nicht wussten, dass das jetzt ab 1. April schon zu Ende ist. Das bedeutet, ich muss mir jetzt eine neue Internetleitung bestellen, das kann wieder dauern, bis die kommt und das heißt, es kommen wieder keine Videos, bis ich Internet habe. Ich lade es jetzt mit meinem scheiß Handy-Internet hoch, deswegen darf ich das Video jetzt auch gar nicht zu lange halten. Ich möchte euch noch ganz kurz sagen, am Montag nächste Woche fahre ich nach Salzburg. Das bedeutet, dort habe ich dann wieder Internet und dort kann ich dann auch wieder Videos machen. Jedoch mit einer auch scheiß Internetleitung, aber wenigstens einer Internetleitung. Von dem her, Leute, verzeiht mir das wirklich, dass das jetzt so kacke gelaufen ist. Und ja, lasst einfach mal einen Daumen, da würde mich echt wieder ein bisschen aufmuntern hier, weil ohne Internet, das geht einfach nicht mehr. Ja, und ich mache das Video jetzt auch nicht zu lange, deswegen würde ich einfach mal sagen Tschüss. Och Mann.